So, und da sind wir auch schon wieder bei SOMA. Wir haben jetzt so einen fetten Püsterich bekommen. Und damit sollen wir wohl einen Werkzeugschip oder sowas von so einem Roboter-U-Boot-Teil rausruppen. Damit wir diesen Zeppelin benutzen können. Um nach Töter, war das glaube ich, zu kommen. Alter Schwede. Da kommt unser kleiner Freund. Aber mit dem mache ich das bestimmt nicht. Nee. Mit dem da hinten. Der hat uns so oft geholfen, Mann. Ich wette, das geht mit dem auch. Aber das sehe ich gar nicht ein, weil ich glaube, das könnte so eine Art... Das könnte so eine Entscheidung sein, die man später bereuen würde. Oh, ist der ab, oder was? Komm ja hin, du Lappen! Komm ja hin, du Lappen! Ich wette hundertprozentig, den hätte ich auch dazu benutzen können. Aber der hilft uns immer so. Ich schätze mal, den wird mir dann später irgendwann vermissen. Wenn du jetzt eine Tür aufmacht oder irgendeinen Müll. So. Gucken, ob es klappt. Ich bin, Simon. Ich bin, Simon. Nicht schuldig, okay? Wir brauchen wirklich diesen Schiff. Wir wären hier. Könntest du das? Wir machen so? Wir machen so ein Roboter? Ich bin auch ein Monster. Ich bin ein Monster. Aber in diesem Fall, es hat sich gemacht. Er war... ...deugierend. Ich meine, er war delusional, aber er war sehr ehrlich. ...present. Ja, ich bin sicher, dass es gut ist. Was er wirklich so anders von uns? Er ist nur beginnend zu sinken. Ich meine, wirklich sinken. Ich bin ein Robot. Didn't we cover this already? Ich habe es nicht, seit ich auf Epsilon aufgewachsen bin. Ich stelle es immer wieder aufgewachsen. Wie mein Gehirn will nicht, mich darüber nachdenken. Es ist wirklich schwer, nicht darüber nachdenken. Ja. Können Sie vielleicht den Schraubchen da drücken, damit wir gehen können? Oh, ja, sicher. Kein Ding, Alter. Ich will ja auch weg. Ist mir alles zu nass. Ähm. Ah. Ähm. Ich bin mir von ihm sprechen. Natürlich, du. Ich wollte dich wissen, dass ich weiß. Du hast nicht blind, mich aus der Herd gelegt. Die langen Wäden der Delta, die auf dem Wasser auf dem Wasser hat eine Untertöne, die dich in die Schlunger gebracht. Es ist eine schöne Sache. Und ich werde nicht so selbst sein. Was warten wir jetzt? Sorry. Du hast nur Schalter umlegen gesagt, nicht auf den Knopf drücken. Gibt es ja gar nicht. Also bis jetzt sind wir jedes Mal, ob wir mit einer komischen Bahn gefahren sind oder sonst was, immer gecrashed unterwegs. Warum habe ich das Gefühl, dass das hier auch passieren wird? Wo geht es denn überhaupt hin hier? Ja. Hm. Ja. 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 Und ich lasse sie mal aus, aus Sicherheitsgründen, keine Ahnung. Oh, das ist jetzt ein U-Bord, was? Ich glaube, ich muss einfach da hingehen, ich glaube, so großartig erforschen kann ich die Gegend hier nicht. Oh, ich dachte, das wäre so ein U-Bord, es blinkt ja bloß. Sehr mitfühlend. Bringt euch nicht alle um! Oh. 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 Oh, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon, so I can apologize. She always got into trouble with Strahlmire when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin. I'm not sure how to save this. What? This... This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. Can we see you later? Okay. Jetzt verstehe ich nicht, warum wer den... Also, ich weiß nicht, ob das jetzt kann, aber er könnte doch, glaube ich, auch diesen Chip wie bei der anderen rausnehmen und ihn einfach mitnehmen hier, oder? Ah, ich kann die umbringen. Ich muss die wahrscheinlich sogar umbringen, wa? Warum kann ich die... Soll ich's machen? Ich kann die doch hier nicht... Ich glaube, das wäre... Ich glaube, es wäre sogar, äh... Erbarmungsvoller, sage ich mal. Bimmer, die jetzt hier erlöst sind. Ach, ich zähle raus. Worms. Komm her, her. Krank. Sorry, aber... Ich weiß nicht. Die hier abgammeln zu lassen... Ich hab jetzt mal ein bisschen Gott gespielt. Egal. Scheiß drauf. Ich bring die Halle um. So, wie komme ich jetzt hier rein? Mann, bin ich stark. Äh, drehen, umlegen. Ich würde sagen, erst drehen. Rausziehen. Nochmal drehen. Und ziehen. Ah. Ich kann das herausfinden. Ah. 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 Wartet mal ganz kurz, ich gehe mal lieber ein bisschen weiter weg. Nicht, dass hier so ein Vieh raus nicht rauskommt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So, dimm mal rein hier. Licht angemacht, das ist eine Kamera. Das Licht ist so sinnlos hier. Das Dunbad. Was passiert hier? Das Wasser hat abgelassen. Ich glaube es lädt gerade. Mann ist das spannend. Hier rennt bestimmt wieder der Glühbirn am Mann rum oder irgendwas anderes. Patos 2. Wir sind ein Täter. Immer wieder sehr geil hier aus. Wahrscheinlich funktioniert der gar... Ah, ah ja. Stimmt. Bam. Ich bin der Hulk. So. Kann man das von innen öffnen? Nein. Chinesisch. Eine rote Lampe. Regale. Geile Klamotten. Ein Spind. Was haben wir denn hier? Nicht. Wir sind hier. Wir sind hier. Okay, great. Time to hijack ourselves as Submarine. There will be nothing stopping us when we have the Dunbad. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? Es ist der einzige Transport, der kann in den Abyss gehen, ohne zu kratzen, wie ein can von Suppen. Wenn das eine von einer Art ist, dann wie sie den Arck nach dem Abyss in den ersten Platz haben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sie es so schwer gemacht haben und einfach... ...Walked. Ich habe nicht gedacht, dass das eine Option war. Kat, was ist es in der Arck? Ist es wie ein Film oder ein Virtual Reality? Nein, natürlich nicht. Es ist, wie in der Realität, aber etwas besser. Temperatur, kürzene Luft, guten Wetter. Also, die Leute in der Art einfach nur aufhören, dass es der Realität ist? Du musst nicht aufhören, dass es perfekt imersiv ist. Und es kann sich einfach aufhören? Ja. Er hat eine Probe, um die Panels anzüglichen, kann es überhören für Tausende Jahre lang. Das ist unglaublich. Also, denken wir über die Erde, das ist, was sie ist, und uns aufhören, um die Finale zu retten, die Menschheit zu retten, ist es... Es ist... Horrölich. Ja, zumindest fühlt sich das wert. Hier geht's. Der Dunbat! Oh, verdammt. Ich wusste, dass es zu gut sein ist, dass es wahr ist. Was ist falsch? Es... Es... Es ist Quarantiniert. Holden. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Hmm, sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Oh. Alles klar. Standortstatus. Täter, alle Systeme für Kriegsbereit. Hülle, ähm... Unterschutzung, Panzerung intakt, Luft. Ein sauberbar. Karte, Hauptebene. Da bin ich. Eine Eins. Ebene Zwei. Es ist so, wie alle deine Freunde gehen nach unten. Warum abandone die Gaten? Und das Habitat? Das ist so verrückt. Ich mag das überhaupt nicht. Täterzentraler. Ach, hier sind alle die, ähm... Robin Bass, Außentechniker, verstorben. Ja, ja, der hat sich ja gekillt. Die haben wir... Oh, wie haben sie jetzt Roboter denn noch? Äh, ja. Gäste, Adams. Okay. Ein Haufen Leute auf jeden Fall, die ja noch potenziell rumlatschen können oder rumliegen können, wie sich die meisten Roboter tun. Gut, Freunde. Wir haben jetzt auf jeden Fall Täter. Hupsali. Auf jeden Fall haben wir... Was ist denn das? Okay, wir haben Täter... Wir haben Täter entdeckt. Und... Ich werde diesen Gebäudekomplex... Oder wie auch immer man das hier nennen darf... Beim nächsten Mal... Schön unter die Lupe nehmen. Also haut rein bis zum nächsten Mal. Suri, du Ende. Ja... Sorry. I'll be...